Jeden Tag werden Unmengen an Daten erzeugt. Das stellt viele Branchen heute vor ähnliche Herausforderungen. Sie müssen ihre Daten profitabel und nutzbar machen. Heißt Unternehmensdaten erfassen, gleichzeitig Datenschutz und Sicherheit gewährleisten, neue Geschäftsmodelle entwickeln oder die Kundenerfahrung verbessern. Große Herausforderungen bedeuten große Investments und große Investments sind meist ein Innovationshämmer. Wäre es daher nicht super, wenn Sie volles Vertrauen und absolute Kontrolle über Ihre IT-Ausgaben hätten? Schon, oder? Dann kommen Sie mit mir in die Transformatrix. Die Transformatrix ist unser Raum für virtuelles Probehandeln bei voller Handlungskontrolle. Mit modernsten Tools können Sie dabei Ihre Daten profitabel machen. Wichtig ist aber, dass Sie wissen, wie Sie das volle Potenzial Ihrer Daten bestmöglich ausschöpfen können. Deswegen präsentiere ich Ihnen hier verschiedene digitale Datentransformations-Services, also Ihre potenziellen Investments. Diese können Sie unverbindlich ausprobieren und das Beste, Sie haben die volle Kontrolle. Ein solches Tool ist der Co-Creation oder Co-Design-Ansatz. Dieses Dialog- bzw. Workshop-Format ist der ideale Spielplatz, um sich gemeinsam Ideen zuzuwerfen und Perspektiven zu verschieben. So entstehen optimal abgestimmte Lösungen in vereinter Arbeit. HXD steht für Human-Centric Experience Design. Mit unseren HXD oder Co-Creation Workshops beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation. Diese Tools ermöglichen einen kreativen Dialog mit Kunden und Partnern in virtuellen oder vor Ort Workshops. Und Sie müssen das einfach mal ausprobieren. Lösungen wie diese sind unser Weg, um graue Theorie in eine möglichst vielfältige und transparente Praxis zu verwandeln, um genau zu sein in Ihre konkrete Unternehmenspraxis. Und das im Handumdrehen. Unter diesem Video finden Sie eine Reihe an Links, die Sie zu all unseren genannten Tools führen. Probieren Sie sie aus. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Ihre Geschäftsabläufe zu optimieren. Bei weiteren Fragen melden Sie sich einfach bei mir. Ihre Nähcompagneo. Äh, Compagnini. KAS-T »K explicitly finden Sie im Überschuss«, Ministräum Quietsch, Sie sind so übervehensbertaise und Sie sind das Themaoli,